23.8.20. Was ist das für ein Buch? In dir. Das ist das Buch, was ich 2019 mit meinem Verlag, dem Masu-Verlag, rausgebracht habe. Da geht es darum, es ist ein Ratgeber, ein Sachbuch. Du bist der entmachtete König, das habe ich im Dezember 2019 rausgebracht. Und dass vier Monate später eine ganze Welt entmachtet ist, hätte ich nie gedacht. Also ich bin ja Mentaltrainerin und Coach und ich möchte ja, hatte ich da vorhin im Interview gesagt, dass es allen Menschen gut geht. Und dieses Buch handelt davon, die Menschen sollen halt ihr inneres Ich wiederholen, ihr eigenes Leben, ihr Königreich sich zurückholen. Weil wir werden ja entmachtet von klein auf. Wir werden als Kinder geboren. Und das Problem ist eben echt, dass man die Kinder schon entmachtet. Man muss nach den Eltern ihren Regeln leben, dann geht man in die Schule und das ganze Umfeld nimmt uns eigentlich unser Königreich. Und das Buch handelt davon, ich erkläre es den Menschen, wie sie ihr Königreich zurückholen, ihr Leben sozusagen. Dankeschön. Dankeschön. Ja.